Hallo miteinander. Wer war heute in der Polyklinik? Fischer, Sie? Und wer noch? Ah, Frau Berghammer. Was gibt es Neues? Ich habe einen 72-jährigen Patienten aufgenommen mit neu aufgetretener Tachyarhythmia absoluta. Was heißt neu? Na, leider nicht mehr so neu, dass wir ohne weiteres kardiovertieren können. Aber ein TEE ist schon gelaufen. Na gut, aber erzählen Sie mal von Anfang an. Also, Dr. Schmidt weist ihn zur Kardioversion ein, weil er bei Herrn Bär eine neu aufgetretene absolute Arrhythmie diagnostiziert hat. Herr Bär hat nach reichlichem Alkoholkonsum vor vier Tagen den nächsten Morgen bei sich einen massiven Leistungsknick festgestellt. Er meint aber keinen Kater? Nein, den hatte er wohl auch, aber abends kam er die Treppen nicht hoch. Er wohnt im vierten Stock und normalerweise kann er die Treppen ohne Pause hochgehen. Jetzt muss er nach jeder Etage eine Pause machen. Hm, also Dispnö. Außerdem hat er seit gestern zunehmend dicke Beine. Die hatte er vorher auch nicht. Und er hat Herzrasen. Schmerzen hatte er aber nicht. Nein, keine Schmerzen. Auch nichts, was auf eine Lungenembolie hinweist. Ich denke ja, dass er eine alkoholinduzierte Arrhythmie bekommen hat. Klingt so. Aber andere Verdachtsdiagnosen müssen Sie natürlich ausschließen. Habe ich schon gemacht. Erstmal habe ich ihn untersucht. Wenn jemand schon einen Alkoholexzess zugibt, dachte ich mir, kann es ja sein, dass er häufiger trinkt und vielleicht eine Zirrhose mit portaler Hypertension entwickelt. Klug gedacht. Und hat er? Nee, nicht wirklich. Leber ist zwar vergrößert tastbar, aber keine Leberhautzeichen. Das einzig Auffällige war wirklich der absolut arrhythmische Puls mit einer Frequenz von 130. Dabei hat er ganz eindeutig periphere Pulsdefizite. Pulse waren alle tastbar. Irgendwelche Vorerkrankungen? Nichts. Er hatte mal vor fast 30 Jahren eine Hepatitis B. Die ist aber wohl komplett ausgeheilt. Er nimmt auch keine Medikamente. Gut. Und im EKG? Sehen Sie dazu Abbildung 1.1 im Bucklet. Hat er eine absolute Arrhythmie bei Vorhofflimmern mit unregelmäßiger Überleitung. Frequenz von 130. Ja, das sieht eindeutig aus. Labor? Alles unauffällig. Bis auf die Leberwerte. Er hat eine GOT von 31, GPT von 27 und eine Gamma-GT von 87. Naja, sprich dafür, dass der Alkoholkonsum wohl nicht nur vor vier Tagen stattgefunden hat. Im Röntgen? Sehen Sie dazu Abbildung 1.2 im Bucklet. Zeichen einer geringgradigen pulmonalen Stauung. Lunge wirkt etwas überbläht wie bei einem Emphysemen. Raucht er eigentlich? Ja, ca. eine Schachtel am Tag. Man sieht selbst auf dem Thorax-Bild, dass die Leber deutlich vergrößert ist. Stimmt. Und dann haben Sie ein TEE gemacht? Herr Studiosus, wissen Sie warum? Ich glaube, weil man Tromben ausschließen muss vor der Cardioversion. Und warum muss man das? Äh, weiß ich nicht. Na, wo können die Tromben denn sitzen? Im Vorhof. Genau. Und wenn sich der wieder kontrahiert, was wir ja durch die Cardioversion erreichen wollen, können die Tromben aus dem Vorhof herausgeschleudert werden. Und dann haben wir die Bescherung. Verstanden? Ja. Gut. Und was kam dann beim TEE heraus? Alles okay. Konnten Sie bei der Frequenz überhaupt was sehen? Wir haben ihm vorher 5 mg Metoprolol-IV gegeben. Darauf ging die Frequenz auf 96 runter. Okay. Dann haben wir also alle möglichen Differenzialdiagnosen ausgeschlossen. Infarkt hat er nicht, Labor war OB. Klappenvizium hat er auch nicht, hätte man im TEE und im Thorax gesehen. Genauso wenig wie eine Itis oder Herzinsuffizienz. Abdomenschall kommt noch? Wollte ich nach der Cardioversion machen. Gut. Dann machen wir die Cardioversion im Anschluss an die Besprechung. Aufgeklärt ist er? Ja. Und die Anästhesisten haben ein Bett. Nach der Besprechung führt Oberärztin Schwarzenberg bei Herrn Bär auf der Intensivstation eine Cardioversion durch. Bereits nach dem ersten Versuch mit 200 Joule sieht man am Monitor einen Sinusrhythmus. Da eine Cardioversion äußerst unangenehm ist, bekommt Herr Bär vorher 5 mg Dormicum IV. Er wird nach zwei Stunden auf Normalstation verlegt, wird dort aber über Nacht an einen Monitor angeschlossen. Dr. Fischer führt am nächsten Tag noch ein Abdomen-Sono durch. Dabei stellt sich die Leber echoreich dar, was auf eine beginnende Leberzirrhose schließen lässt. Ansonsten ist der Befund unauffällig. Herr Bär wird für die nächsten vier Wochen markumarisiert und erhält vor Entlassung noch ein Langzeit-EKG. Dr. Fischer weist den Patienten darauf hin, dass eine Reduktion seines Alkoholkonsums sowohl seiner Leber als auch seinem Herzen zugutekommen würde und entlässt ihn dann markumarisiert nach Hause. Es gibt viele Ursachen für eine neu auftretende absolute Arrhythmie. Der hier beschriebene Alkoholexzess ist zwar selten, aber durch eine genaue Anamnese zu erfahren. Am häufigsten tritt eine absolute Arrhythmie bei einer KHK auf, die auch die Blutversorgung des Reizleitungssystems betreffen kann. Therapeutisch wird jede neue absolute Arrhythmie mit einer Cardioversion behandelt. Wenn der Patient früh kommt, d.h. in den ersten 48 Stunden, kann man auf ein transösophageales Echo verzichten. Da später die Gefahr zu groß ist, dass sich im Herzohr des linken Vorhofs Trompen gebildet haben, muss man diese Komplikation vor einer Cardioversion ausschließen. Da die absolute Arrhythmie meist eine Tachykardefrequenz hat, wird als erste Maßnahme die Frequenzdurchgabe von Metoprolol oder Acetyldigoxin gesenkt, bevor die Cardioversion durchgeführt wird. Der Patient erhält für den Zeitraum der Cardioversion ein kurz wirksames Sedativum, da der Vorgang der elektrischen Cardioversion an sich ja eher unangenehm ist. Falls im TEE Trompen nachweisbar sind, wird der Patient vor der Cardioversion mit Makuma behandelt. Das heißt, frühestens nach 4 Wochen und Kontroll-TEE kann dann die Cardioversion erfolgen. Was haben wir noch? Ich habe einen 65-jährigen Mann aufgenommen mit Aortenklappensdenose. Meiner Meinung nach muss der operiert werden. Aber Sie schauen sich den ja bestimmt noch an. Erzählen Sie erst mal. Also, Albert Horn, Nichtraucher, hat seit mehreren Monaten eine zunehmende Dispnö, wenn er die Treppe hochgeht. Bis vor drei Jahren war er noch Bergsteigen. Jetzt schafft er es ohne Pause nicht mal mehr in den ersten Stock. Vitium war bekannt? Er weiß von nichts. Hatte allerdings bis vor 20 Jahren rezidivierende Tonsilitiden. Dann wurden ihm die Mandeln endlich rausgenommen. Naja, klingt ja nach einer typischen Spätkomplikation. Ja, er hat damit so lange gewartet, weil er Angst hatte. Sein Bruder ist wohl als Jugendlicher nach einer Tonsilektomie fast verblutet. Hatte er Synkopen? Das nicht. Aber bei Belastung ein enge Gefühl im Brustkorb. Und morgens beim Aufstehen wird ihm manchmal schwarz vor Augen. An Vorerkrankungen? Bekannte benigne Prostata-Hyperplasie. Zustand nach Bilrod 1 OP wegen rezidivierender Ulzera Ventriculi vor 15 Jahren. Dann hatte er nach einem Verkehrsunfall eine Beckenring- und Rippenserienfraktur 1958. Und eine Malaria-Tropika nach beruflichem Kenia-Aufenthalt. Ist aber bis auf die Prostata-Hyperplasie alles lange her. Nimmt er Medikamente? Ja, der Hausarzt behandelt ihn seit längerem bei Verdacht auf KHK mit B-Log-Zock-Miete. Einmal eine. ASS 100, Chorangin 30 Retard, einmal eine. Und Corvaton 4 Milligramm Retard zur Nacht. Und jetzt schickt er ihn, weil er meint, da stimmt was nicht? Ja. Okay. Sie haben ja schon gesagt, was er hat. Gab es außer dem Systolicum bei der Untersuchung was Auffälliges? Nein. Er hat ein Dreisechstel-Systolicum mit Punktum Maximum über der Aorta und Fortleitung in die Karotiden. Und ein leises Diastolicum mit Punktum Maximum über Erb. Spricht für eine Stenose mit Begleitinsuffizienz. Das Systolicum ist rau und spindelförmig. Herzfrequenz war 80, Blutdruck 140 zu 80, periphere Pulse allseits tastbar. EKG und Thorax? Sehen Sie dazu Abbildung 4.1 im Bucklit. Im EKG Sinusrhythmus mit Frequenz von 80 und positiver Sukoloff-Lion-Index. Was ist das? PJ? Wenn die S-Zacke in V1 und R in V6 mehr als 3,5 Millivolt sind. Stimmt. Vorher nachgelesen, oder? Äh, ja. Und wann ist der Sukoloff-Index positiv? Bei Herzhypertrophie. Okay. Und Thorax? Man sieht eine deutliche Verkalkung in Projektion auf die Herzklappenebene. Dabei ist das Herz nicht wesentlich vergrößert. Aorta-Ascendenz jedoch leicht dilatiert. Keine Stauungszeichen. Normaler Lungenbefund. Und Echo? Sehen Sie dazu Abbildung 4.2 im Bucklit. Also, sklerosierte Aortenklappe, die sich nicht richtig öffnet. Klappenöffnungsfläche ist 0,8 Quadratzentimeter. Der maximale Druckgradient über der Aortenklappe liegt bei 86 Millimeter Hg. Außerdem hat er eine Aorteninsuffizienz ersten Grades. Ja, das ist operationswürdig. Der linke Ventrikel hat eine leichtgradig eingeschränkte systolische Pumpfunktion. Der linke Vorhof ist grenzwertig groß, rechte Herzhöhlen sind nicht erweitert. Septumdicker? Ja. Kammerseptumdicke bei 15 Millimeter. Hinterwand linker Ventrikel 14 Millimeter. Also hat er eine valvuläre Aortenklappenstenose Grad 3. Wegen der Öffnungsfläche und dem Druckgradienten. Ist er zur Koro angemeldet? Ja, und zur Lufu. Ich dachte mir, Präob kann das nicht schaden. Gut. Lassen Sie uns auch noch einen Karottestoppler machen. Das warten wir noch ab, dann stelle ich in den Herzchirurgen vor. Die Koronarangiografie bestätigt den Befund des Herzechos. Das Koronarsystem ist frei. Der Lungenfunktionstest zeigt eine leichte restriktive Ventilationseinschränkung, die altersentsprechend ist. Der Karottestoppler zeigt keine relevanten Plaques in den Halsschlagadern. Oberärztin Schwarzenberg setzt Corvaton und Corangin ab, denn bei einer Aortenstenose sind beide Medikamente kontraindiziert. Sie führen zu einer Absenkung der Vorlast, was die Koronardurchblutung, die durch die stenotische Aortenklappe behindert ist, weiter vermindert. Herr Horn wird den Herzchirurgen vorgestellt, die ihn auch zwei Wochen später operieren. Er erhält eine künstliche Aortenklappe und übersteht die OP sehr gut. Die Aortenklappenstenose ist bei über 70-jährigen Menschen die häufigste Herzklappenerkrankung. Meistens sind degenerative Veränderungen für den sklerotischen Umbau der Aortenklappe verantwortlich. Durch die verstärkte Druckbelastung kommt es zu einer Hypertrophie des linken Ventrikels. Die Dehnbarkeit nimmt ab. Die Stenose führt dazu, dass der entdiastolische Füllungsdruck steigt und durch die erhöhte Druckbelastung benötigt das Myokard mehr Sauerstoff. Aortenklappenstenosen bleiben meist lange Zeit symptomlos. Erst höhergradige Stenosen verursachen Symptome wie Dyspnoe, Angina pectoris oder Synkopen. Auskultatorisch führt das raue, fortgeleitete Systolicum den Untersucher auf den richtigen Pfad. Im Echo sieht man die verdickte oder verkalkte Klappe und kann den Grad der Stenose genauer bestimmen. Dabei macht man den schwere Grad der Stenose vom systolischen Druckgradienten zwischen Aorta und linkem Ventrikel abhängig. Neben dem systolischen Druckgradienten wird die Klappenöffnungsfläche bestimmt. Dabei ist eine Fläche, die kleiner als 2,5 Quadratzentimeter ist, pathologisch. Aortenstenosen Grad 1 und 2 werden nicht medikamentös behandelt, sondern der Patient soll sich körperlich schonen. Ab Grad 3 erfolgt ein operativer Aortenklappenersatz. Die 10-Jahres-Überlebensrate nach einem Klappenersatz beträgt 65 Prozent. Viele Patienten benötigen nach Klappenersatz keine Medikamente. Insbesondere nach Implantation einer Bioklappe ist eine Makumarisierung nur für 4 bis 6 Wochen erforderlich, sofern keine anderen Indikationen vorliegen. Was? Noch jemanden? Die letzte. Eine 67-jährige Dame mit AV-Block dritten Grades. Hat sie wohl seit drei Tagen, denn seitdem geht es ihr schlecht. Mit was für Frequenzen? 25 bis 28 die Minute. Erstaunlich. Und das hat sie drei Tage lang toleriert? Ja, und noch besser ist, sie nimmt wegen ihrer bekannten Hypertonie einen Beta-Blocker und den hat sie weiter brav eingenommen. So gehört es sich auch. Okay, also. Frau Sieglinde-Rabe kommt, weil sie gemerkt hat, dass ihr Herz so langsam schlägt und sie Luftnot hat, wenn sie eine Treppe hochgeht. Vorher war sie normal körperlich belastbar. Hat sie eine Synkope gehabt? Nein. Ihr ist zwar permanent schwindelig, aber umgefallen ist sie nicht. Sie hat ganz schön Glück gehabt, muss man sagen. Das stimmt. Hat sie außer dem Hypertonus noch irgendwas? Ja, seit drei Jahren ist bei ihr ein Diabetes bekannt. Der ist wohl dietetisch eingestellt. Sie raucht, ungefähr eine halbe Schachtel am Tag, und vor zehn Jahren hat man ihr die Gallenblase entfernt, wegen einer Itis. Tja, besonders gesund lebt sie nicht. Der Hypertonus ist auch schon länger bekannt. Seit sieben Jahren. Aber der macht ja bekanntlich keine Schmerzen. Gut. Und außer der Frequenz von 25? Immer wieder erstaunlich, was der menschliche Körper so alles toleriert. Also Herzschlag arrhythmisch und Patientin auch in Ruhe dyspnoisch. Ansonsten war die Untersuchung unauffällig. Insbesondere Lunge frei, Blutdruck 120 zu 70. EKG haben Sie mitgebracht? Zeigen Sie mal. Sehen Sie dazu Abbildung 10.1 im Booklet. Man sieht den AV-Block dritten Grades mit einer Frequenz von 25 bis 28 pro Minute. Linkstyp. Kein Anhalt für akute Ischämie. Tja, sieht nicht aus, als hätte sie eine KHK. Was nimmt sie für einen Beta-Blocker? Tenormin 100. Morgens eine. Labor und Röntgen? Labor OB bis auf Blutzucker von 154. Aber keine CK-Erhöhung. Von daher eine akute Ischämie hat sie wohl nicht. Im Thorax links betontes Herz geringe Zeichen einer pulmonal-venösen Stauung. Keine Pleuraergüsse. Keine Zeichen eines Lungenödems. Sie toleriert die Bradykadie wirklich sehr gut. Haben Sie ein Echo gemacht? Ja. Und eine Koro angemeldet. Im Echo sieht man eine geringgradige Aortensklerose. Aber ansonsten gibt es keinen Anhalt für eine regionale Wandbewegungsstörung oder ein Vitium. Warum die Koro? Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Grund. Ein AV-Block einfach so? Glaube ich irgendwie nicht. Und bei Diabetes und Hypertonie? Ich glaube ja nach wie vor, dass sie eine KHK hat. Möglich wäre es. Mal sehen, was die Koro ergibt. Was haben Sie mit ihr gemacht? Ich habe sie aufgenommen und ihr den Beta-Blocker abgesetzt. Sie liegt auf Station 3 und hängt am Monitor. Ansonsten habe ich ihr Heparin gegeben und wollte abwarten, ob sich die Frequenz ohne Beta-Blocker erholt. Da sie die Frequenz bisher gut toleriert hat, dachte ich, könnten wir zuwarten. Ja, können wir machen. Ich glaube zwar nicht, dass sich da so viel tut, aber einen Schrittmacher können wir ihr auch morgen noch einsetzen. Die Korona-Angiografie zeigt ein freies Koronasystem. Es gibt keinen Anhalt für eine KHK. Damit kann man nur vermuten, dass die Ursache für den totalen AV-Block sicherlich ein Zusammenwirken der Faktoren Diabetes und Hypertonie mit konsekutiver Minderdurchblutung des Reizleitungssystems ist. Beweise finden sich nicht. Das Absetzen des Beta-Blockers bewirkt keinen Frequenzanstieg, so dass Frau Rabe am dritten Tag ihres Aufenthalts ein DDD-Schrittmacher implantiert wird. Oberärztin Schwarzenberg stellt ihn auf eine Grundfrequenz von 60 ein. Die Implantation verläuft unproblematisch. Sie erhält perioperativ einmalig 500 mg Zinazef-IV als Antibiotika-Prophylaxe. Die postoperative Röntgenkontrolle zeigt einen guten Sitz der Schrittmacher-Elektroden. Und das Kontroll-EKG zeigt hauptsächlich Schrittmacher-ausgelöste Ventrikelkontraktionen. Am zweiten postoperativen Tag wird das Redon entfernt und vier Tage Post-Op wird Frau Rabe nach Hause entlassen. Der Hausarzt sieht am achten postoperativen Tag die Fäden. Nach einem Monat soll sie sich zur Kontrolle wieder vorstellen. Beim AV-Block dritten Grades findet keine Erregungsleitung zwischen Vorhöfen und Kammern statt. Das bedeutet, dass sich beide unabhängig voneinander im unterschiedlichen Rhythmus kontrahieren. Dabei liegt die Kammerfrequenz aufgrund des niedrigen Grundrhythmus der Purkinje-Fasern oft unter 40 Schlägen pro Minute. Beim Erwachsenen ist meist eine KHK die Ursache für einen AV-Block, aber auch Intoxikationen können einen AV-Block verursachen. Manchmal, wie in unserem Fall, ist die Ursache nicht zu finden. Zwischen Aussetzen der normalen Erregungsleitung und Einsetzen des Kammerrhythmus kann etwas Zeit vergehen, in der der Patient keinen Puls hat und in der das Gehirn mit zu wenig Blut versorgt wird. Daher kommt es häufig zu einer Bewusstlosigkeit des Betroffenen, wenn der AV-Block auftritt, dem sogenannten Adam-Stokes-Anfall. Symptome des AV-Blocks sind eine Bradykadie und die daraus folgende Minderversorgung des Organismus mit Blut. Die Patienten sind dyspnoisch und nicht belastbar. Auch ein Rückstau in die Lunge kann auftreten. Ein AV-Block dritten Grades, der nicht durch eine Intoxikation entstanden ist und sich selbst limitiert, wird immer mit einer Schrittmacherimplantation behandelt. Es werden hauptsächlich DDD-Schrittmacher verwendet, die bei intakter Vorhoferregung die Kammern im Vorhofrhythmus, also im Sinusrhythmus, triggern. Was gab es noch? Ich habe in der Pulli-Klinik eine Patientin gesehen, 22 Jahre alt, Name Julia Marken. Sie hat seit drei bis vier Wochen zunehmend Durchfälle. Erst waren es drei bis fünf, seit einer Woche sind es bis zu zehn am Tag. Dabei ist dem Stuhl Blut beigemengt und aufgelagert. Patientin hat drei bis vier Kilo abgenommen, fühlt sich krank und hat seit drei Tagen Krämpfe und Schmerzen im linken Unterbauch. Klingt ja nach was Chronischem. Hat sie Temperatur? Ja, seit zwei Wochen Temperaturen bis 38,5 Grad. Keine Übelkeit und kein Erbrechen. Durchfälle hat sie wohl früher auch schon manchmal gehabt, allerdings nie in dieser Form. Keine Tropen oder sonstige Auslandsaufenthalte in letzter Zeit. Vor OPs nur die üblichen. Zustand nach Appendektomie 88 und Tonsilektomie 92. Patientin ist Studentin auf Lehramt, nimmt in fester Beziehung die Pille, zur Zeit keine besondere Belastungssituation, weder privat noch im Studium. Gab es was Besonderes bei der Untersuchung? Naja, Herz und Lunge, OB, Bauchdecke leicht abwehrgespannt und tastbare Walze im linken Unterbauch. Peristaltik überall vorhanden. Milz war tastbar. Die rektale Untersuchung tat ihr weh. Dabei war dunkelrotes Blut auf dem Handschuh. Na, das klingt ja stark nach einer entzündlichen Darmerkrankung, oder? In den Tropen war sie nicht, sagten sie, oder? Nein, aber wir haben natürlich auf Keime getestet. Gut, geht es jetzt noch weiter oder muss ich jetzt die Kolo machen? Nein, wir sind mit der Diagnostik fertig. Laborchemisch war auffällig. CRP mit 186 Milligramm pro Liter, Leukos von 16.000, Hb von 10,1, Thrombos von 456.000 und Kalium von 3,3. Hämokult war erwartungsgemäß positiv und Schwangerschaftstest negativ. Sicher ist sicher. Gut, dass Sie daran gedacht haben. Ja, wir haben auch Antikörper angefordert und wie schon gesagt, Keime im Stuhl. Aber das Ergebnis kommt wahrscheinlich frühestens übermorgen. Sono? Im Sono sah man die vergrößerte Milz und eine deutlich ödematöse Dickdarmschlinge im linken Unterbauch. Freie Flüssigkeit konnte ich nicht sehen. Uterus und Adnexe soweit beurteilbar unauffällig. Wir haben sie dann koloskopiert, waren auch trotz fehlender Vorbereitung gute Sichtverhältnisse. Sehen Sie dazu Abbildung 2.1 im Bucklet. Da sah man linksseitig unscharfe Ulzerationen. Die Schleimhaut war gerötet und es gab Kontaktblutungen. Makroskopisch sah es wie eine Colitis ulcerosa aus. Ich habe mehrere Histus entnommen und weggeschickt. Na schön, alles was Sie erzählt haben, klingt auch wie eine Ulzerosa. Chronische Durchfälle, Blutbeimengungen, Entzündungszeichen und der Koloskopiebefund. Und therapiert wird sie wie immer? Ja. Ich habe ihr einen ZVK gelegt und die tägliche Flüssigkeitszufuhr mit zweieinhalb Litern angesetzt. Sie bekommt jetzt Aminomehl und Glucose, 10 Prozent im Wechsel. Außerdem kriegt sie für die nächsten 10 Tage morgens 60 Milligramm Urbason. Wenn die Beschwerden dann abklingen, kann man die Dosis ja langsam reduzieren. Ich habe die Patientin auch über ihre Erkrankung aufgeklärt und ihr gesagt, wie wichtig es jetzt ist, den Darm komplett ruhig zu stellen. Sie bekommt zusätzlich dreimal täglich Mesalazin als Klössma. Wir haben uns gedacht, da die Colitis nur links ist, kann man ihr das Mesalazin als Klössma geben. Gute Idee. Gut, dann warten wir mal ab. Frau Marken wird eine Woche lang parenteral ernährt. Danach ist ein langsamer Kostaufbau möglich. Sie erhält zuerst Tee und Zwieback, danach Schonkost. Fieber und abdominelle Schmerzen sind drei Tage nach Therapiebeginn nicht mehr vorhanden. Der histologische Befund sichert die Diagnose. Sobald Frau Marken wieder essen darf, bekommt sie ihre Medikamente oral. Das Urbason wird nach 10 Tagen auf 50 Milligramm reduziert. Das Mesalazin auf das Retard-Medikament Pentasa 250 Milligramm dreimal täglich umgestellt. Die Laborwerte normalisieren sich bis zur Entlassung. Dabei liegen die Leukozyten unter der Steroideinnahme bei 15.000 pro Mikroliter, was einem üblichen Wert unter Steroideinnahme entspricht. Nach dem Kostaufbau werden keine Durchfälle oder Blutbeimengungen mehr beobachtet. Frau Marken kann das Krankenhaus nach 14-tägigem Aufenthalt verlassen. Sie wird sowohl Urbason niedrig dosiert als auch Mesalazin weiternehmen müssen. Diese Dauermedikation dient der Prophylaxe. Denn in 85% der Fälle kommt es bei der Colitis ulcerosa zu einem chronisch rezidivierenden Verlauf, wobei das Risiko für eine maligne Entartung der Darmschleimhaut mit der Erkrankungsdauer zunimmt. Der Patientin wird deshalb empfohlen, jährlich eine Kontrollkoloskopie machen zu lassen. Hier wird das typische Vorgehen bei Colitis ulcerosa geschildert. Ein Patient mit zunehmenden blutigen Durchfällen, Fieber und Tenesmen zeigt im Labor hohe Entzündungsparameter. Koloskopisch sieht man eine starke Entzündung der sehr empfindlichen Darmschleimhaut, die bei Kontakt bereits blutet. Die Entzündung kann das gesamte Colon betreffen. Die endgültige Diagnose einer Colitis ulcerosa wird immer histologisch gesichert. Therapeutisch wird der Darm durch Nahrungskarenz ruhig gestellt und die Entzündung mittels Kortison und Mesalazin behandelt. Auch wenn der akute Entzündungsschub abgeklungen ist, wird eine Dauerprophylaxe mit Steroiden empfohlen, da der bereits erwähnte chronische Charakter der Erkrankung mit hohem Malignitätsrisiko einhergeht. Weitere Komplikationen wie Darmperforation mit Peritonitis und Sepsis oder entzündungsbedingte Blutungen mit schwerer Anämie kommen seltener vor, müssen jedoch bedacht werden. War es das? Ich muss mit den Kindern noch Mathe üben. Nein, wir haben erst ungefähr die Hälfte. Ich beeile mich. Ich habe einen 49-jährigen Mann aufgenommen, mit ziemlich großem Ulcus duodeni. Schon gastroskopiert? Ja, alles erledigt. Hat er geblutet? Ja, erst dachte ich schon, er ist ein Fall für den Chirurgen. Er hatte heute mehrfache Hämat-Emesis, darum ist er auch gekommen. Ihm ist seit Tagen unwohl, hat sich mehrfach erbrochen. Und er hat Schmerzen im Epigastrium. Er dachte, er hätte was Falsches gegessen. Seit vorgestern starke Übelkeit und Schwarzfärbung des Stuhls. Und seit heute Hämat-Emesis? Ja. Bei der Aufnahme war Tachycard. Blutdruck war 110 zu 70. Darum ist er jetzt auch gekommen. Hatte er schon mal ein Ulcus? Nein, aber er ist im Moment wohl in einer ziemlichen Stresssituation. Seine Frau hat ihn verlassen und die Kinder mitgenommen. Und sie drängt darauf, das gemeinsame Haus zu verkaufen. Klingt ja nicht so nett. Nee. Er raucht wohl im Moment auch wie ein Schlot. Und hat, bevor die Schmerzen losgingen, kräftig einen gehoben. Sonst trinkt er nicht? Verneint er. Und das wirkt glaubhaft. Bei der Untersuchung noch irgendwas Auffälliges? Na ja. Patient. Er heißt übrigens Uwe Brettschneider. In deutlich reduziertem AZ mit Schmerzen im Epigastrium. Ansonsten leichte Abwehrspannung. Und da dachten Sie an Perforation? Ja. Aber wir haben dann als nächstes Mal einen Röntgenabdomen gemacht. Und da sah man keine freie Luft. War das Zwerchfell denn mit drauf? Zeigen Sie mal. Na gut. Ach ja. Hämokult, wie erwartet, positiv. Im Labor HB von 9,1. Hämatokrit von 31. Ansonsten alles normal. Kreuzblut hab ich gemacht. Meine Güte. Dann muss er ja ganz schön geblutet haben. Ja. Oberarzt Urban hat ihn dann gastroskopiert. Dort sieht man ein im Durchmesser ca. 2 cm großes Ulcus duodenii mit Coagelresten. Es sitzt ca. 4 cm distal des Magenpförtners. Im Moment blutet es nicht. Haben Sie Biopsien entnommen? Könnte ja auch ein Karzinom sein. Er raucht, trinkt, vielleicht... Hab ich. Und für Helicobacter-Diagnostik. Läuft da ein Schnelltest? Ja. Ergebnis kriegen wir noch. Nachher. Aber Blut haben Sie ihm noch nicht gegeben, oder? Nein, er ist ja noch relativ jung. Ich dachte, das kriegen wir auch ohne wieder hin. Gut. Therapie? Erstmal Nahrungskarenz und er liegt auf Station 3. Ich glaube ja, dass der HP-Schnelltest positiv sein wird. Dann bekommt er die normale Triple-Therapie. Liegt er am Monitor? Nein, soll er? Auf jeden Fall. Er hat doch schon mehrfach geblutet. Wollen Sie, dass er ihn im Bett sachte verstirbt? Natürlich nicht. Gebe ich sofort durch. Der Schnelltest auf Helicobacter pylori ist positiv. Frau Dr. Berghammer ordnet an, dass Herr Brettschneider 40 Milligramm Pantoprazol und 500 Milligramm Metronidazol morgens und abends und dreimal täglich ein Gramm Amoxicillin erhält. Er erhält alle Medikamente IV. Außerdem soll täglich sein Blutbild kontrolliert und ein Hämokult gemacht werden. Ab dem zweiten Tag darf er schon Kost essen. Nach drei Tagen geht es Herrn Brettschneider klinisch etwas besser. Die Monitorüberwachung wird aufgehoben. Nach sieben Tagen wird eine Kontrollgastroskopie durchgeführt. Das Ulkus zeigt eine deutliche Abheilungstendenz. Blutungszeichen sind nicht mehr zu sehen. Daraufhin werden Amoxicillin und Metronidazol abgesetzt. Pantoprazol soll der Patient noch über weitere drei Wochen einnehmen. Die Hämokultkontrollen bleiben negativ. Der Hb-Wert steigt im Laufe des stationären Aufenthalts auch ohne Erythrozytengabe auf 11,3. Die Histologie trifft am achten Tag ein. Da es in der Pathologie gebrannt hat, dauerte es etwas länger. Es gibt keinen Anhalt für Malignität. Herr Brettschneider kann nach acht Tagen entlassen werden. Er soll sich zur Kontrollgastroskopie nach vier Wochen wieder vorstellen. Die Kontrolle zeigt eine völlige narbige Abheilung des Ulkus. Er erzählt Frau Dr. Berghammer bei der Wiedervorstellung freudestrahlend, dass seine Frau wieder zurückgekommen sei und sie es nochmal miteinander versuchen wollen. Risikofaktoren für ein Ulkus sind Rauchen, Stress, schwere körperliche Arbeit und eine Helicobacter pylori-Besiedlung von Magen und Darm. Bei Patienten mit Schmerzen im Oberbauch, Übelkeit und Erbrechen muss bei Vorliegen dieser Risikofaktoren auch an ein Ulkus gedacht werden. In unserem Fall zeigt die Hematemesis und der positive Hämokult die Blutung an. Gastroskopisch wird die Diagnose gesichert. Dabei sollten immer auch Ulkusbiopsien entnommen werden, da sich hinter fünf bis zehn Prozent aller augenscheinlichen Ulzerationen Karzinome verbergen. Außer Schonkost und der Reduktion aller Risikofaktoren behandelt man ein Ulkus mit einem Protonenpumpenhemmer. Bei Helicobacter-Befall schließt sich immer eine Eradikationstherapie an, die meist als Tripltherapie gegeben wird. Zwei Antibiotika, ein Protonenpumpenhemmer. Mögliche Ulkus-Komplikationen sind eine schwere Blutung mit Blutungsschock und Perforation des Ulkus mit Peritonitis oder Organerosion. In über 80 Prozent der Fälle wird eine subakute bakterielle Endokarditis durch Streptococcus viridans verursacht. In unserem Fall hat sich die Patientin eine Infektion mit Staphylococcus aureus zugezogen und eine Sepsis entwickelt. Glücklicherweise entwickelte sie keine akute Endokarditis, deren Letalität auch bei sofortiger Behandlung zwischen 20 und 40 Prozent liegt. An prädisponierenden Faktoren für eine Endokarditis sind bei ihr die geschwächte Immunlage und durch die Dialysepflichtigkeit häufige Eingriffe in den Organismus gegeben. Die Symptomatik wurde hier durch den insgesamt kranken Allgemeinzustand etwas verschleiert, was es dem Kollegen erschwerte, die richtige Diagnose zu finden. Fieber- und grippeähnliche Symptome, auch die Gelenkbeschwerden, ergeben erst zusammen mit dem Systolicum und dem transösofagialen Echo die richtige Diagnose. Dr. Fischer hätte das systolische Herzgeräusch hinterfragen müssen, dann wäre eine Endokarditis naheliegend gewesen. Koronare Herzerkrankungen sind in Deutschland die häufigste Todesursache. Zu den Risikofaktoren zählen unter anderem Hypertonie, Rauchen, Adipositas, Stress und eine genetische Disposition. Diese Risikofaktoren waren in unserem Fall alle vorhanden. Neben Pekt an Genösenbeschwerden ist der Herzinfarkt das irreversible Resultat einer KHK. Die Klinik ist sehr vielgestaltig. Neben starken Schmerzen, beispielsweise in Brustraum oder Oberbauch, treten Rhythmusstörungen, eine Herzinsuffizienz oder auch gar keine Symptome auf. Da bei fast einem Drittel der Patienten entweder die Klinik oder das EKG oder der Enzymverlauf atypisch ist, müssen immer alle drei Faktoren zusammen bewertet werden, bevor ein Infarkt ausgeschlossen werden kann. In unserem Fall war die Klinik eher atypisch. EKG und Enzymdiagnostik zeigten den vier Tage zurückliegenden Infarkt an. Die Therapie bei einem nicht ganz frischen Infarkt erfolgt medikamentös und wenn möglich per PTCA. Eine Lyse hat nur die ersten zwölf Stunden nach dem Infarktereignis Aussicht auf Erfolg, wobei nach sechs Stunden nur bei ausgedehntem Infarkt und massiver Klinik wie kardiogenem Schock oder persistierendem Schmerz lysiert wird. Ein Patient mit überlebtem Myokard-Infarkt ist gerade die ersten zwei Wochen nach Infarkt immer noch sehr gefährdet, an einer Komplikation zu versterben. Dabei sind die ersten drei Tage nach Infarkt der gefährlichste Zeitraum. 80 Prozent aller tödlichen Verläufe treten hier auf. Rhythmusstörungen, ein erneuter Infarkt und die hier geschilderte Myokard-Ruptur sind typische Komplikationen. Was denn noch? Ich habe einen jungen Mann mit Malaria. Malaria hatten wir lange nicht mehr. Und wird wie diagnostiziert, Herr Studiosus? Dicker Tropfen? Ja, eindrucksvoll nicht. Haben Sie die Plasmodien gesehen? Noch nicht. Liegt im Labor. Solltest du die anschauen. War der Mann im Urlaub? Ja, in Kenia. Leider. Kategorie C, oder? Ja. Ich habe extra beim Tropeninstitut angerufen. Da, wo er war, gibt es häufig Chloroquinresistenzen. Wann war er denn in Kenia? Vor drei Wochen. Und jetzt hat er seit drei Tagen Fieber bis fast 40 Grad. Fühlt sich krank, hat Übelkeit, zweimal erbrochen, wässrige Durchfälle. Er kommt, weil er eigentlich dachte, er hätte sich irgendeinen afrikanischen Darmparasiten eingefangen. Hat er denn keine Prophylaxe genommen? Nein. Den Urlaub hat er last minute gebucht. Er heißt Ralf Kunze, ist 27, war mit seiner Freundin da. Der geht es aber gut. Ziemlich unvernünftig. Haben die ihn im Reisebüro nicht gewarnt? Er hat übers Internet gebucht und war der Meinung, wenn er sich nur im Hotel aufhält, dann kann ihm nichts passieren. Tja, so kann man sich täuschen. Und sind Sie sofort auf Malaria gekommen? Nein. Ich habe auch Stuhlkulturen angefordert, aber das Labor hier im Haus war schneller und die Plasmodien gut sichtbar. Sehen Sie dazu Abbildung 7.1 im Bucklet. Bei der Untersuchung irgendwas Auffälliges? Man konnte seine Mild tasten. Ansonsten war er etwas tachykat. Im Labor HB von 11,3, LDH von 280, Thrombus 150.000, Crea von 1,3. Ich hatte angeordnet, dass Sie im Labor mehrfach einen hängenden Tropfen machen sollten. Das war auch sinnvoll, denn im ersten Ausstrich war nichts drin. Parasitendichte liegt unter 5%. Na, dann ist gut. Laborwerte sind auch noch nicht im besorgniserregenden Bereich. Kann ja aber noch kommen. Haben Sie eine PCR angefordert? Ja, und Antikörperbestimmung. Blutkulturen habe ich auch abgenommen. Hätte ja auch eine Sepsis sein können. Das stimmt. Stuhlkulturen haben Sie schon gesagt. Finde ich auch richtig. Kann ja sein, dass er zusätzlich noch irgendeine parasitäre Darmerkrankung hat. Thorax und EKG unauffällig. Bis auf die Frequenz von 110. Im Sono vergrößerte Milz. Ansonsten OB. Die gehört auch dazu. Was haben Sie ihm gegeben? Mifluquin. Gut. In drei Dosen alle acht Stunden? Ja. Heute Morgen 750, heute Mittag 500 und nachher 250 Milligramm. Er liegt auf Station 3. Wenn er fiebert, darf er Benuron bekommen. Und einen Liter Ringer. Ja. Ich habe aber angeordnet, dass er bilanziert wird. Nicht, dass er sich verschlechtert und noch eine Niereninsuffizienz bekommt. Gut, dass Sie daran gedacht haben. Tja. Es geht Herrn Kunze bereits am nächsten Tag deutlich besser. Er hat kein Fieber mehr, Übelkeit und Kopfschmerzen sind verschwunden. Sowohl die Stuhlproben auf Erreger und pathologische Keime als auch die Blutkulturen bleiben negativ. In der PCR wird Plasmodien-DNA nachgewiesen. Die Antikörperbestimmung ist positiv. Nach zwei Tagen werden erneut mehrere Blutausstriche angefertigt. Jetzt können keine Erreger mehr nachgewiesen werden. Nach zehn Tagen kann Herr Kunze entlassen werden. Allerdings soll der Hausarzt ein Jahr lang alle sechs Wochen kontrollieren, ob nicht doch noch Plasmodien im Blut nachzuweisen sind. Die Malaria ist eine der häufigsten Infektionskrankheiten weltweit. Man geht von ca. 300 Millionen Neuerkrankungen jährlich aus. In Deutschland werden ca. 1400 Einschleppungen jährlich gemeldet. Davon betreffen 60% Touristen im Urlaub, die nicht oder nur unzureichend Malaria-Prophylaxe betrieben haben. Klinisch unterscheidet man zwei Formen. Es gibt die unkomplizierte Malaria, bei der weniger als 5% der Erythrozyten parasitär befallen sind, mit grippeähnlichen Symptomen und Fieber, wobei die Lehrbuchkurven fast nie vorkommen. Und es gibt die komplizierte Malaria, bei der mehr als 5% der Eris befallen sind und die mit Bewusstseinstrübung, Niereninsuffizienz und massiver Hämolyse einhergeht. Die Letalität beträgt 20 bis 30%. Nachgewiesen wird die Malaria durch den sogenannten dicken Tropfen. Dabei wird ein Ausstrich angefertigt, in dem die Erythrozyten nicht zerstört werden. Dann wird mikroskopisch nach intraerythrozytären Formen gesucht. Dabei ist es wichtig, bei Malaria-Verdacht immer mehrere Tropfen auszuwerten, denn gerade bei der unkomplizierten Form kann es dauern, bis man befallene Eris findet. Je nach Plasmodium-Typ und Region, in der sich der Patient infiziert hat, wird die medikamentöse Therapie modifiziert. Die Resistenzlage und Kategorie kann in den Tropeninstituten erfragt werden. Da Rezidive bis 18 Monate nach Erstinfektion auftreten, sollten auch bei erfolgreicher Therapie und Beschwerdefreiheit des Patienten Blutkontrollen über einen längeren Zeitraum erfolgen. Eine neu auftretende Oligorie kann viele Ursachen haben. In unserem Fall kam es zu einem akuten intrarenalen Nierenversagen durch die Kombination von Rhabdomyolyse durch den Sturz auf die Hüfte und hochdosierte Einnahme von nicht-steroidalen Antiflogistica mehrere Gramm ASS über einige Tage. Außerdem war die Niere bereits durch den Diabetes vorgeschädigt. Das akute Nierenversagen wird nicht medikamentös behandelt, sondern die zugrunde liegende Ursache sollte schnellstmöglich beseitigt werden. In unserem Fall liegt die Rhabdomyolyse ein paar Tage zurück. Die ASS-Einnahme wird sofort unterbunden. Neben einer Flüssigkeitsrestriktion, da überschüssiges Volumen nicht ausgeschieden werden kann, muss der Organismus von harmpflichtigen Substanzen befreit werden. Bei Serumharnstoffwerten von über 150 Milligramm pro Deziliter und einer Ausscheidung unter 300 Millilitern wird der Patient dialysiert. Meist springt die Eigendiurese nach wenigen Tagen wieder an. Falls nicht, bleibt der Patient dialysepflichtig. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Nieren wieder ihre Funktion aufnehmen, ist bei Patienten, die oligurisch sind, immer höher als bei anurischen Fällen. Was gibt es weiter? Ich habe eine Frau mit tiefer Venenthrombose aufgenommen. 38-jährige Patientin, Elisa Rubens, die vor vier Wochen eine Meniskus-OP am rechten Bein hatte. Sie hat seit einer Woche Schmerzen im Unterschenkel, vor allem bei Bewegung. Keine Vorerkrankungen bekannt. Dick? Mhm. Patientin ist übergewichtig. 110 Kilo bei 172 Zentimetern. Raucht und nimmt die Pille. Hat also ausgeprägtes Risikoprofil bei kürzlicher Immobilisierung. Na, allerdings. Sie hatte vor drei Tagen kurzzeitig über ca. 20 Minuten ein wenig Luftnot. Bei der Untersuchung war bis auf das rechte Bein alles unauffällig. Keine Luftnot. Patientin ist zu Fuß die drei Treppen hergelaufen. Das rechte Bein ist aber im Vergleich zur Gegenseite deutlich dicker und gerötet. Vor allem am Unterschenkel, aber auch im Oberschenkelbereich. Die oberflächlichen Venen sind verdickt und besonders im Kniebereich ist ein deutlicher Druckschmerz auslösbar. Thrombosezeichen positiv? Ja, Hohmann und Peierzeichen positiv. Und im Duplex? Im Duplex sieht man die Thrombose im Bereich der Vena femoralis und der distalen Vena iliaca. Beckenvenen sind im weiteren Verlauf aber frei. EKG und Röntgenthorax sind unauffällig. Ich habe aber trotzdem einen Perfusions-Zinti machen lassen, da die Episode vor drei Tagen stark nach Lungenembolie klang. Das stimmt. Und war es eine? Ja. Nachweis eines geringgradigen Perfusionsdefektes im Bereich des rechten Unterlappens. Offenbar ist also eine kleine Embolie abgelaufen. Im Abdomen-CT keine Thrombosierung sichtbar. Warum haben Sie denn das gemacht? Ich dachte, im Doppler waren die weiteren Beckenvenen frei. Das stimmt zwar, aber die Patientin ist wirklich ziemlich adipös. Von daher wollten wir sicher sein. Na gut, akzeptiert. Im Labor lagen die Dedimere bei 1,8. Ansonsten keine weiteren Auffälligkeiten. Insbesondere OB, Faktor 5 Leiden, Protein C oder S-Mangel, Thrombozyten und BGA. Gut. Und an Therapie das Übliche? Ja. Sie wurde von Anfang an immobilisiert. Ihr rechtes Bein wurde gewickelt. Das linke hat einen Thrombosestrumpf bekommen. Und wir haben dann die Vollheparinisierung begonnen mit der gängigen Dosierung. 25.000 Einheiten auf 50 Milliliter NACL über Perfusor auf zwei. PTT soll auf 60 bis 90 Sekunden verlängert werden. Kontrolle heute Nachmittag. Dann zweimal täglich. Bettruhe haben Sie ihr aber extra gesagt, oder? Nicht, dass sie wie die Frau letzte Woche dann in aller Ruhe mit dem Perfusor zum Rauchen geht. Nein, nein, habe ich ausdrücklich gesagt. Bettruhe hat sie bis zur Duplexkontrolle in einer Woche. Schön. Dann hoffen wir mal, dass sie nicht nochmal eine Embolie schießt. Die Duplexkontrolle der tiefen Beinvenen nach einer Woche ergibt die weitgehende Rückbildung der Thrombose bis auf geringe Reste im Bereich der Vena femoralis. Aufgrund der abgelaufenen Lungenembolie sowie der nicht ganz vollständigen Rückbildung entschließt sich Oberärztin Schwarzenbergfrau Rubens für die nächsten drei Monate zu markumarisieren. Sie erhält also ab dem siebten Tag überlappend zur Heparinisierung markumar, zur Aufsättigung am ersten Tag drei Tabletten, am nächsten Tag dann zwei und dann eine Tablette. Der Quick beträgt danach 23 Prozent. Um diesen Wert zu halten, braucht die Patientin pro Tag eine halbe markumartablette. Da man nach der ersten Woche davon ausgehen kann, dass die Thrombusreste wandständig umgebaut und damit nicht mehr gefährlich sind, darf Frau Rubens bis zum Erreichen des optimalen Quickwertes bereits aufstehen und verlässt am zwölften Tag nach Aufnahme das Krankenhaus. Sie muss für die nächsten drei Monate jede Woche zu ihrem Hausarzt, um ihren Quick überprüfen zu lassen. Bei der Duplexkontrolle nach vier Wochen sieht man, dass sich auch die restlichen Thromben aufgelöst haben. Zu einer Venenthrombose kommt es häufig auch bei jüngeren Patienten nach längerer Immobilisation. Neben dem klinischen Bild können mehrere Tests einen Hinweis auf eine Thrombose geben. Hier erwähnt wurden das Hohmann-Zeichen, das bei Dorsalflexion des Fußes einen Schmerz im Bein auslöst, und das Peier-Zeichen, wo schon Druck auf die mediale Fußsohle ausreicht, um einen Schmerz im Unterschenkel zu provozieren. Im Farbduplex überprüft man den Fluss der Beinvenen. Leider stößt die Untersuchung im Beckenbereich an ihre Grenzen, sodass bei unsicheren Befunden oder schlechten Untersuchungsbedingungen der Beckenbereich mit einem Abdomen-CT nachkontrolliert werden sollte. Bei Verdacht auf Lungenembolie bestätigt das Ventilationsperfusions-Sintigramm diese Komplikation. Therapie der Wahl ist die absolute Immobilisation und Vollheparinisierung über einen Zeitraum von einer Woche. In dieser Zeit wird der Thrombus ab- und umgebaut, sodass nach dieser Zeitspanne praktisch keine relevanten Embolien mehr auftreten können. Meist wird daran eine Makumarisierung für mehrere Monate angeschlossen, um ein Rezidiv zu vermeiden. Eine tiefe Venenthrombose kann auch Ausdruck eines paraneoplastischen Syndroms sein. Bei dem geschilderten Fall bestand jedoch ein eindeutiger Zusammenhang zur kürzlich erfolgten Immobilisation und anamnestisch fand sich kein Hinweis auf eine maligne Erkrankung. So war die letzte gynäkologische Untersuchung vor fünf Wochen ohne auffälligen Befund durchgeführt worden. Im Labor schließt man andere, seltenere Ursachen wie APC-Resistenz oder Protein-C oder S-Mangel als Ursache für die Thrombose aus. Gut, was noch? Ich habe bereits heute Morgen wieder mal Frau Dorfstedt aufgenommen. Bekannte 58-jährige Patientin mit Diabetes mellitus seit 30 Jahren. Bei terminaler Niereninsuffizienz dialysepflichtig seit sechs Jahren. Sie hat vor drei Wochen einen Schandverschluss am rechten Arm entwickelt und dann einen Scheldenkatheter bekommen, um die Dialyse fortsetzen zu können. Dorfstedt? Das ist die, die immer häkelt, oder? Genau. Vor 14 Tagen hat sie Fieber bekommen, bis auf 39 Grad. Dazu Schüttelfrost und hatte eine leichte Leukozytose. Man hat ihr dann bei Verdacht auf Katheterinfektion einen neuen Schelden auf der anderen Seite gelegt. Das ist alles auswärtig passiert. Sie geht ins Dialysezentrum Oberstetten. Dort hat man ihr auch Unazid gegeben und Blutkulturen abgenommen. Die waren allerdings negativ. Wie? Katheterspitze nicht untersucht? Doch. Nachweis von Staph aureus an Katheterspitze. Es ging ihr dann gut. Die Beschwerden waren komplett weg. Jetzt kommt sie mit erneuten Beschwerden. Leukos waren bei Kontrolle auf 15.000. CRP war 100. Temperatur von 39,2. Sie hat außer den Grippesymptomen seit zwei Tagen Gelenkschmerzen und ist leicht tachykart. Was heißt Grippesymptomen? Was genau hat sie denn? Naja, wie schon gehabt. Fieber, Schüttelfrost, fühlt sich matt. Sie kennen sie doch. Patientin übertreibt gern. Trotzdem, könnte ja auch was Ernsteres sein. Was haben sie gemacht? Sie untersucht. Ausgeprägte Atralgien, besonders im Bereich der Beine. Das ist nicht OB. Gefäßstatus unauffällig. Neurologische Untersuchung OB. Nur beidseitig abgeschwächter PSR. Vielleicht im Rahmen der diabetischen Polyneuropathie. Nach 30 Jahren Diabetes möchte ich Ihre Reflexe mal sehen. Blutdruck 120 zu 75. Frequenz von 100. Gut. Also, sie hat eine Entzündung, Atralgien, vergrößerte Milz und ein Systolikum. Hat jemand eine Idee? Der junge Kollege vielleicht? Äh, keine Ahnung. Und Sie? Weiß nicht genau. Na, dann erzählen Sie mal weiter. Ich habe dann Labor abgenommen und einen Röntgenthorax gemacht. Thorax ohne Pneumonie. Beidseits leichte Ergüsse bei Niereninsuffizienz ohne Restausscheidung. Herz OB. Labor. CRP von 310, Leukos 18.000, HB von 11,1, wahrscheinlich renalbedingt. Krea 6,7, Harnstoff 150, sonst alles OB. HbA1c 6,5 Prozent. Haben Sie erneut Blutkulturen abgenommen? Ja, glaube ich aber nicht, dass da was kommt. Mit welchen Bebrütungszeiten? Wie immer. Drei, sieben, zehn Tage. Rufen Sie da an und verlängern Sie auf 14 und 21 Tage. Haben Sie ein Echo gemacht? Ja, aber Normalbefund. Transthorakal oder TEE? Transthorakal. Dann haben Sie also keine Ahnung, was sie hat? Nicht so wirklich. Und wie haben Sie sie behandelt? Aufgenommen, Fiebersenkende Mittel und Cipro beigegeben. Außerdem nimmt sie einen ACE-Hemmer und einen Beta-Blocker und spritzt sich das Insulin selbst. Dann will ich Ihnen mal sagen, was Ihre Patientin hat. Wenn Sie ein TEE gemacht hätten, dann hätten Sie bestimmt Vegetationen gesehen. Aber wer natürlich das Nachdenken seiner Oberärztin überlässt, hat weniger Arbeit. Bereiten Sie die Patientin vor. Ich mache das jetzt selbst. Ach, blöde Kuh. Im TEE sieht Oberärztin Schwarzenberg eine Klappenvegetation. Sehen Sie dazu Abbildung 5.1 im Bucklet. Sie ist vermutlich bakteriell bedingt und sitzt im Bereich der Aortenklappe. Sie ist ca. 1 cm groß, außerdem hat die Patientin eine Aorteninsuffizienz ersten Grades. Es ist keine größere Klappendestruktion erkennbar, die weiteren Klappen sind frei. Also hat die Patientin eine subakute Endokarditis. Die Oberärztin veranlasst auch ein Abdomen-CT, um eventuelle Embolien nachzuweisen. Aber außer einer Splenomegalie, die jedoch im Rahmen der Sepsis gut erklärbar ist, findet sich keine Streuung. Die Endokarditis und die Sepsis wird ihrer Meinung nach am ehesten durch Staphylococcus aureus verursacht, der sicher bei der Schandanlage in den Organismus geraten ist. Und so ordnet sie an, dass die Patientin bis zum Ergebnis der Blutkultur und des Antibiogramms Staphylex und Zertomycin in angepasster Dosierung erhält. Unter dieser breiten antibiotischen Abdeckung, die noch mit Vankomycin verstärkt wird, weil die Patientin ja wegen ihrer Dialyse eine eingeschränkte Immunlage aufweist, geht es Frau Dorfstädt nach einigen Tagen schon wesentlich besser. Oberärztin Schwarzenberg entscheidet sich wegen der Dialyse auch zur Heparenisierung – obwohl das Risiko einer embolischen Streuung der Vegetationen dadurch natürlich ansteigt. Insulin spritzt sich die Patientin nach wie vor selbst. Nach acht Tagen sind alle Entzündungsparameter im Normbereich. Nach 14 Tagen trifft das Ergebnis der Blutkultur ein. Es konnte Staphylex sensibler Staph aureus nachgewiesen werden. Zertomycin und Vankomycin werden daraufhin abgesetzt. Bei der ersten TEE-Kontrolle nach zehn Tagen zeigt sich eine deutliche Verkleinerung der Auflagerungen, jedoch eine Zunahme der Aorteninsuffizienz. Bei der zweiten Kontrolle nach weiteren zehn Tagen zeigen sich keine Auflagerungen mehr. Die zweitgradige Insuffizienz besteht jedoch fort. Daraufhin setzt Oberärztin Schwarzenberg den ACE-Hämmer und den Beta-Blocker ab. Dabei fühlt sich die Patientin subjektiv besser und ist praktisch beschwerdefrei. Sie kann vier Wochen nach Aufnahme entlassen werden. Dabei ist vorher am linken Arm ein neuer Schand angelegt worden. Die Aorteninsuffizienz muss allerdings alle vier Monate kontrolliert werden. Bei Verschlechterung sollte ein Klappenersatz erfolgen. Wieso war denn heute so viel los? Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich heute früh einen 54-jährigen Mann aufgenommen mit Hinterwandinfarkt. Er liegt inzwischen schon gestandet auf der Überwachungsstation am Monitor. Frischer Infarkt? Nein, drei bis vier Tage alt. Herr Gärtner kommt, weil er seit vier Tagen zunehmende Oberbauchschmerzen hat. Die Schmerzen wanderten von rechts nach links. Er hatte früher Gallensteine, meinte aber schon bei der Aufnahme, dass die Schmerzen da anders waren. Patient ist deutlich adipös, hatte vor sechs Jahren ein Magengeschwür, ist vor vier Jahren kolecystektomiert worden, raucht seit Jahrzehnten, trinkt am Wochenende regelmäßig und hat eine bekannte Hypertonie. Klingt ja sehr gesund. Ja, sein Vater ist auch am Infarkt gestorben. Mit 65 allerdings. Von daher meint Herr Gärtner auch, hat er ja noch ein paar Jahre Zeit. Wenn seine Koronarien das auch meinen? Ich dachte ja erst an was Gastrointestinales, aber dann kam das Labor. Und CK war hoch? Ja, CK war 423, MB von 57, Troponin T 0,23, die LDH bei 327 und dann GOT 53, GPT 44 und Gamma GT 34. Da fragen wir doch mal unseren Herrn Studenten. Für was sprechen die Werte? Der MB-Anteil ist höher als 8 Prozent, von daher spricht das für eine Myokard-Beteiligung. Mhm. Und die LDH? Geht später hoch. Nach dem Troponin und der CK MB. Gut. Dann sprechen die Werte wofür? Dass die Ischämie schon älter ist. Genau. Was ist mit den Leberwerten? Er trinkt halt gern mal was. Ja, so kann man das auch sagen. Die restlichen Werte waren unauffällig. Damit war aber auch klar, dass er eher ein kardiales Problem hat, auch wenn die Schmerzen vom Charakter eher untypisch waren. Sah man im EKG den Infarkt? Ja. Allerdings auch, dass er älter ist. Hier. Negatives T in 3 und AVF und eine reduzierte R-Progression. Ansonsten nicht auffällig. Sinusrhythmus, Linkstyp, sieht wie ein kleiner Infarkt im Hinterwandbereich aus. Hm. Hinsichtlich der Größe wäre ich vorsichtig. Und dann haben Sie eine Choro gemacht? Ja. Nach Rücksprache mit Oberarzt Urban lief dann die Choro. Wobei klar war, dass wir wahrscheinlich stenten, wenn es möglich ist. Vorher haben wir noch einen Thorax gemacht. Da sah man beidseits leichte Pleuraergüsse und eine geringgradige Hilusverbreiterung. Herz links betont, verbreitert, kein erkennbarer Perikarderguss. Gut. Dann zeigen Sie mal die Choro. Er hat eine koronare Drei-Gefäß-Erkrankung ohne Hauptstammbeteiligung. Man sieht eine 90-prozentige Stenose der RCA proximal. Im weiteren Verlauf einen Verschluss im zweiten Gefäßdrittel. Weiter eine 60-prozentige Stenose der LAD im ersten Gefäßdrittel. Stenose der CX abgangsnah von 40%. Nach dem EKG und dem Choro-Befund ist das Infarktgefäß die RCA. Darum haben wir die Stenose dilatiert und einen Stent eingesetzt. Man sieht, dass nach der Stenose noch mehrere große Arterienabgänge vor dem eigentlichen Verschluss kommen. Sieht man ja gut im später aufgenommenen Bild. Das Gefäß wieder zu eröffnen, haben wir nicht versucht. Infarktgeschehen liegt ja schon ein paar Tage zurück. Hätte ich auch nicht gemacht. Komisch. Sieht jetzt der doch ganz schön ausgedehnt aus. Dafür hatte er aber wenig Beschwerden. Ja. Leider, sonst wäre er vielleicht eher gekommen. Jetzt liegt er auf Intensiv? Da war kein Bett mehr frei. Er liegt auf der Überwachungseinheit von Station 25. Hängt am Monitor und hat Bettruhe. Es geht ihm klinisch gut. Er meint auch, er hat jetzt keine Beschwerden mehr. Was kriegt er für Medikamente? Er hat als Hausmedikation Belog Zogmite, morgens eine und Pantozol 40 abends. Ich habe ihm jetzt ASS 320 und Plavix 75 gegeben. Belog weiter. Dann Zibazen und Unat wegen der Pleuraergüsse. Und Sorte ist zur Nacht. Okay. Er hängt am Monitor? Dann brauchen wir für morgen ein Kontroll-EKG. Mal sehen, was sich da so tut. Es geht Herrn Gärtner unter der Medikation jeden Tag besser. Das Kontroll-EKG zeigt weiterhin eine T-Abflachung in 2, 3 und AVF. Die reduzierte R-Progression ist unverändert vorhanden. In der Nacht vom dritten auf den vierten Tag nach PTCA und Stentimplantation klingelt Herr Gärtner nach der Nachtschwester, weil er plötzlich schlecht Luft bekommt. Innerhalb von zwei Minuten wird er bewusstlos. Frau Dr. Berghammer, die zufällig Nachtdienst hat und beim Nachbarpatienten Blut abnimmt, sieht auf dem Monitor Kammerflimmern und reanimiert den zyanotischen Patienten zusammen mit der Nachtschwester. Trotz mehrfacher Defibrillation und Gabe von Adrenalin, Atropin und Lidokain haben sie keinen Erfolg. Frau Dr. Berghammer befürchtet, dass jetzt, sieben Tage nach Infarktgeschehen, vielleicht eine Ventrikelruptur stattgefunden hat. Immerhin betraf das Verschlussgebiet einen großen Teil der Hinterwand. Nach 30 Minuten erfolgloser Reanimation zeigt eine orientierende Echokontrolle einen breiten Flüssigkeitssaum im Herzbeutel. Sie brechen die Reanimation nach 45 Minuten ab. Ihre Verdachtsdiagnose bestätigt sich durch die Obduktion. Herr Gärtner hat im kritischen Zeitraum, als die Umbauvorgänge von nekrotischem Myokard zu haltbarem narbigen Bindegewebe noch nicht abgeschlossen waren, eine Ventrikelruptur mit Herzbeuteltamponade entwickelt. Gab es noch was? Ja, ich hab noch jemanden. Herr Alexander Sommer, 75, kommt mit einem akuten Nierenversagen. Er ist vor ein paar Tagen auf die rechte Hüfte gestürzt und hat sich dort ein massives Hämatom zugezogen. Er war hier und hat sich röntgen lassen. Keine Fraktur. Er hat dann statt der Schmerzmedikamente, die man ihm hier mitgegeben hat, und zwar Valoron N, lieber jeden Tag drei Gramm Aspirin genommen. Auch schön bei großem Hämatom. Tja, wäre vielleicht nicht weiter schlimm gewesen, wenn er nicht eh schon immer Krea-Werte von um 2,5 gehabt hätte. Er kommt jetzt mit einem akuten Nierenversagen. Selbstgemacht sozusagen. Ja, allerdings. Er fühlt sich seit zwei Tagen schwach und müde und hat gemerkt, dass er viel weniger Harn ausscheidet als normalerweise. Getrunken hat er circa 1,5 Liter am Tag. Er ist jetzt leicht dyspnoisch und hat Beinödeme. Er wiegt wohl immer um die 67 Kilo. Heute wog er 70. Also lagert er ordentlich ein. Gut. Und er ist Diabetiker. Sonst bekannte Vorerkrankungen? Ja, eine ganze Latte. Der schon erwähnte Diabetes seit sechs Jahren. Patient spritzt Aktraphane, 3070, 1208 Einheiten. Darunter hat er wohl ein ganz gutes Blutzuckerprofil. Dann eine bekannte eingeschränkte Nierenfunktion. Sein Krea liegt seit zwei Jahren immer um die 2,5 und eine langjährig bekannte arterielle Hypertonie. Ordentlich? Das ist noch nicht alles. Zustand nach Granatsplitterverletzung beider Unterschenkel 1944. Behindert ihn aber nicht. Appendektomie 1953. Prostatektomie 1992 nach Prostatakarzinom. Da geht er aber regelmäßig zur Nachsorge. Alles OB. Glaukom-Operation 1999. Viele gesunde Organe hat er nicht mehr. Ja, aber er nimmt es mit Humor. Er war bisher noch gut belastbar und ist täglich mit dem Fahrer zu seiner Tochter gefahren. Das sind immerhin zwölf Kilometer jeden Tag. Ach ja, und er raucht. Fast ein Päckchen am Tag. Hm. Die eingeschränkte Nierenfunktion hängt ja wahrscheinlich mit seinem Diabetes zusammen. Und nach dem Sturz hatte die Niere bestimmt recht viel mit der Rhabdomyolyse zu tun. Da war es da nicht wirklich nötig, sie auch noch mit ASS zu ärgern. Was haben sie gemacht? Ehen aufgenommen. Und erstmal abgeklärt, ob nicht vielleicht auch ein Herzinfarkt schuld an den Ödemen sein kann. Quasi als Differenzialdiagnose. Ja, möglich ist alles. Gut, aber ich hatte auch alle möglichen Laborwerte abgenommen. Und als sie zurückkamen, war klar, dass er ein akutes Nierenversagen hat. Ich habe auch ein Thorax gemacht, weil er bei der Untersuchung über beiden Unterfeldern grobblasige Rasselgeräusche hatte. Außer den Beinödemen und dem ziemlich großen Hämatom war da nichts auffällig. Gut. Und im Röntgen sah man die Stauung. Sehen Sie dazu Abbildung 9.1 im Bucklet. Ja, er hat beidseits Pleuraergüsse. Rechts mehr als links. Der Hilus ist beidseits verbreitert. Also alles Zeichen einer pulmonalen Stauung. Gut. Und was sagt das Labor? Er hat im Moment einen Krea von 6,3. Harnstoff liegt bei 234 Milligramm pro Deziliter. Ich habe eine Krea-Clearance veranlasst. Werte bekommen wir morgen früh. Ich habe ihm natürlich sofort einen Blasenkatheter gelegt zur Bilanzierung und die Einfuhr für heute erstmal auf einen Liter beschränkt. Gut. Und CK? CK gesamt bei 230. MB bei 10. Troponin T negativ. Elite sind in Ordnung. Also eine Hyperkaliämie hat er nicht? Bisher nicht. Kalium ist bei 5,3. Der Urin? Spezifisches Gewicht von 993. Osmolalität von 506. Harnstoff von 865. Das bedeutet, auch der Urin-Serum-Harnstoff-Quotient ist kleiner als 5. Was ja bedeutet, die Niere hat im Moment keinerlei Konzentrationsleistung. Sah man im Sono was? Beide Nieren sind leicht vergrößert. Was aber bei seinem Diabetes eher normal ist. Es gibt keine Zeichen einer Harnstauung oder einer sonstigen Abflussbehinderung. An der rechten Niere hat er am oberen Pol eine kleine Nierenzyste. Das Parenchym wirkt verdichtet. Gut. Was haben Sie mit ihm gemacht, außer dass Sie ihm einen DK gelegt haben? Ich hatte noch ein EKG geschrieben. Das war aber unauffällig. Insbesondere keine Störung der Erregungsausbreitung oder Ischämiezeichen. Dann habe ich ihn aufgenommen und ihm gleich noch unten in der Ambulanz zweimal 80 Milligramm Lasix gespritzt. Im Abstand von einer Viertelstunde. Da passierte aber gar nichts. Die Niere war nicht zu bewegen, mehr auszuscheiden. An Hausmedikation nimmt er eigentlich außer dem Insulin noch Unat und Beloxogmite. Das habe ich erstmal pausiert. Er liegt jetzt auf Station 4. Ich dachte mir, wir warten bis morgen, ob die Diurese spontan wieder in Gang kommt. Wenn nicht, muss er wohl dialysiert werden. Gute Idee. Dann haben wir auch die Bilanz von 24 Stunden und die Creatinin-Clearance. Herr Sommer scheidet in 24 Stunden insgesamt 300 Milliliter Urin aus. Die Creatinin-Clearance liegt bei 8 Millilitern pro Minute statt bei 70 bis 110. Der Serumharnstoff ist am nächsten Tag nochmal gestiegen, auf 270 Milligramm pro Deziliter. Daraufhin ordnet Oberärztin Schwarzenberg an, dass Herr Sommer dialysiert wird. Er erhält einen Scheldon-Katheter, der ihm in die rechte Vena jugularis gelegt wird und die Dialyse wird begonnen. Die Flüssigkeitseinfuhr wird weiter auf 1 Liter beschränkt. Ihm werden über die Dialyse täglich 2 Liter Flüssigkeit entzogen. Dabei sinken die Retentionsparameter wie Harnstoff und Creatinin in den nächsten drei Tagen schnell ab. Die Elektrolyte werden täglich kontrolliert. Auch klinisch geht es Herrn Sommerrasch besser. Er ist nicht mehr so dyspnoisch, die Rasselgeräusche sind nicht mehr nachweisbar und fühlt sich nicht mehr müde. Nach drei Tagen setzt auch seine eigene Nierenfunktion wieder ein. Am vierten Tag produziert sie 500 Milliliter, am Folgetag 1500 Milliliter und dann sogar fast 3 Liter Urin. Daraufhin kann nach sechs Tagen die Dialyse beendet und der Scheldon-Katheter entfernt werden. Das Serumkalium lag zu Beginn der Dialyse bei 5,1 Millimol pro Liter. Er sinkt dann am zweiten Tag auf 3,3 ab. Daraufhin erhält er Rekavan, dreimal täglich zur Kalium-Substitution. Nach Anspringen der Eigendiurese erhält Herr Sommer wieder seine Hausmedikation UNAD20 und B-Lock-Zock-Miete. Nach acht Tagen kann er das Krankenhaus verlassen. Der Creatininwert bei Entlassung liegt bei 2,6. Nachrichten für den Gegenrucks. Untertitelung des ZDF, 2020